Die Musik war wunderbar. Sehr gut, wirklich schön. Die Kulisse ist wunderbar, hinten dran. Die schauspielerische Leistung ist natürlich sehr schön, sehr schöne Kostüme und das Detail passt sehr gut zusammen. Es ist meine erste Oper, aber ich bin sehr solid, es ist mega cool. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, vor allem die Melodie und die Profisänger. Die Palettdänzer haben es mega gut gemacht. Wunderbar, vor allem der Vorred hat es mir so gefallen. So tolle Stimmen und der Ausdruck und die Lichter und die Farben auch, ganz toll. Es wäre schade, wenn wir nicht gegangen wären. Super, fürs Auge, fürs Ohr, ein Augenschmaus und Ohrenschmaus. Vor allem auch die Kostüme haben mir sehr gut gefallen und man hat immer wieder etwas Neues gesehen. Also eine sehr schön empfehlenswerte Oper heute in Werdenberg. Die schöne Musik, es ist einfach eine Traumoper. Sehr gut, super.